Liebe Besucher meiner Homepage, ich freue mich, dass Sie den Weg zu mir gefunden haben. Ich möchte Sie hier informieren über meine Arbeit in Berlin, aber natürlich auch über meine Initiativen im Wahlkreis, im Kreis Herford und in der Stadt Bad Oeynhausen. Schreiben Sie mir, wenn Sie Anregungen haben oder auch Kritik. Ich freue mich auf Ihre Meldung. Vielen Dank.